hallo und herzlich willkommen zurück zu borderlands 3 mit eddie und andy boy wir müssen jetzt hier in den aufzug rein und ja den hammerlock boy und meet slap und so und boys treffen meet slap was ist das denn für name naja da hast du mal geschaut hier hast du da was interessantes für dich gefunden in diesem medic dings na nicht wirklich ich drücke mal drauf ja zumindest habe ich jetzt ein paar neue waffen das ist eigentlich ganz geil und bazooka und ist ja ich dachte die heimat der jacobs corporation wäre weniger wie soll ich sagen dreckslöchrig dieses mal bin ich also ausgesagt und die ist eine nummer für sich eine echte eiskönigin sie kümmert sich ums geschäft und sorgt bei den einheimischen für ordnung ich habe gar nicht ich habe das ganze übersehen dass man da eine mitnehmen kann ich habe das gesehen aber ich dachte man kann eh nur bis nach der fuhr bis da vorne fahren weiß ich kann jetzt auch beide steuern hat was wir mal nach oben ich immer nach oben und so war nicht so geil da hinten sitzen irgendwie bisschen blöd dreckslöchrig cooles wort oh hier kann man jumpen ist da ein fahrzeug wir müssen aber rechts oh ja vielleicht ist das um das zu bekommen ja ich will mir das mal angucken hier aber so weit können wir glaube ich nicht jumpen aber wie können wir dann darüber kommen ich weiß nicht ich glaube aber das wird radikal in die hose gehen sollen das mal probieren oder was ich gucke mal eben wo wir hin müssen wir müssen hier rechts probier du es mal damit falls damit wir nicht da 20 jahre rumlaufen weiß dann kann ich alleine jetzt schon mal weiter gehen dann da oben ich nehme dann ganz viel schwung ja also ich denke du musst versuchen darüber zu kommen damit du diese karte bekommst oh warte mal ich habe eine andere idee ich hole mir dieses eine fahrzeug da hier dieser reifen weiß wir kann so ein bisschen schweben nach recht ja ja dieser zyklon heißt ja genau so wohl muss kein leben das ist uns skill von mir dass ich leben weniger habe aber dann dafür mehr schild ich habe jetzt schild 1200 irgendwas ich habe 1166 dreckslöchrig wie stark die gegner hier sind sind level 22 die gegner jetzt habe ich noch mal diese blöde karte die gegner sind eigentlich ja ja ist okay so ich bin gespannt ob das klappen wird das machen von hier ja macht das ach das ist ja hier schon vielleicht bisschen support jetzt so bist du bist du soweit ja ich gucke mir das haben von hier okay oh nein fast schade mal gucken wie ich hier wieder hochkomme da musst du doch wahrscheinlich irgendwo da so an der seite irgendwie hochfahren ja die hat ja gesagt aber das hätte fast geklappt man bist doch schon hier gleich ich glaube ich glaube ja genau das fahr weiter hoch ja genau und dann bist du jetzt hier genau weiter das ding kann man gar nicht steuern richtig jetzt hier rechts 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 genau hier und dann einfach jetzt hier folgen dann müsstest du hier sind so ein paar dinosaurier wow ich bin gegen einen gefahren und so voll weg geflogen wir gesehen auf der karte kajot was machst du ballern also ich kann mal nicht sporten ach da unten was du ja da kommt der boll warte ich laufe zur rampe ich würde sagen auf dein neues ich hole mir ein bisschen mehr schwung diesmal also ich glaube das ist die einzige möglichkeit wie man da drauf kommt mit dem schwebe ding meinte das ding hat klingen oder so da unten okay ja das war nix warte das ding dass sie so scheiße steuern das sieht doch richtig beschissen aus so das ist so eine art spezialfähigkeit okay ja zu weit ach echt ach hättest du nicht abspringen können ne ne gute frage ich muss mal probieren diesen schwebemodus mittendrin auszumachen da hinten ist noch ein fahrzeug glaube ich ne das ist irgendwie scheiße boah ich kann wirklich rausspringen im sprung ja vielleicht macht das ja sinn weiß ich es nicht ich mach das mal ich komm jetzt wieder hoch mhm ich will das fahrzeug haben ja das ist auch gut das fahrzeug ich schau mir das gerade an ähm ich weiß nicht ob da zwei leute drauf passen ich glaub aber schon ich seh halt nur von hinten so bist du bereit ja 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 ich stehe hier ich auch wow wow nice geschafft sorgt wir dafür dass wir dieses teil im catch ride system haben ach jetzt muss man das speichern ne oh mit nem neißen raketenwerfer ja okay so okay dann komm ich nochmal da hochgetammt ja uh ist das ein gutes auto oh das das ding äh ja sieht cool aus also wenn man so boost macht dann hast du da wie so klingen ich glaub damit kann man dann so die gegner platt machen ach geil ey cool ich zeig dir das gleich mal mhm sieht ein bisschen aus wie ein flugzeug echt okay der boah hier pro schon auf der karte ey na klar das ding ist aber nicht so schnell ne ja ist halt nicht so wichtig oh hast du kohle gesammelt ja ich hab so nen gegner gerade im vorbeifahren platt gemacht sehr geil lass mich mal einsteigen harte mal müssen wir das ding jetzt im catch a ride speichern ja genau okay ups okay Raketenwerfer ist noch nicht ganz geil ey speicher mal Crew Herausforderung abgeschlossen besorgt es dir und jetzt fliegt du messerscharfer Rabe nice nice lass mal damit fahren würde ich sagen war direkt ja äh direkt ach so das war jetzt verstehe ich das moment augenbeliku was beliku augenbeliku knottiger müssen einfach nur jetzt diesen punkten entlang fahren diesen ja wie heißt diese markieren das ist ich hab gerade gesehen das ist im Grunde einfach dieser normale buggy den man auch als erstes hat nur mit so mit diesem klingen warte 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 great okay ja was soll man dazu sagen naja viel wirbel um nichts trotzdem haben wir neue Karre ist okay ja kann man machen ich hab mal einen neuen Skin ausgerüstet siehst du ja das gelbe ach so oh boy hier fortnight boy oder wie auf jeden fortnight mein lieblingsspiel ja ist auch so bei dir ja so okay hier rechts ja ja wahrscheinlich zu fuß jetzt müssen wir reisen ja aber lass mal hier schauen was es hier gibt kj wo ist das für eine waffe eine laserwaffe cool so eine elementarwaffe ist auch immer ganz geil die kann man auch wechseln von brand zu kryogen ach so das ist so eisstrahl mäßig ah ok oh guck mal die Karre ist direkt eingefroren krass ja geil okay ich geh mal hier rein der Amboss der Amboss der Amboss der Amboss bin mal gespannt was uns hier wieder für ein Schabernack erwartet ja wir müssen ja diesen äh liebhaber von ihm retten ja ja so hammerlock synchronisiere mit new you what the fuck steht man jetzt auch um links gerade ne wir schon gerade synchronisiere mit new you ne stand bei mir nicht komisch hammerlock ist die die Liebe seines Lebens yes ja ok hier gibt's kein schwitzen sondern spritzen doktor das ist immer gut ja hier gibt's kein schwitzen sondern spritzen zumindest besser die Sprüche als mein Boy hier äh die du es lässt besser als der Zane Flint Boy kann auch gar nicht sein ja ist Flint Fatal Boy ich hab auch vergessen give your skin solle mask tschuldigung vorhanden oh jetzt geht's ab ok ich wollte direkt wie ich auch was aus müssen richtig so keine Ahnung sein Weg ist hier zu Ende hier ist wieder so ein Skelett ja ja das ist ähm nicht Skelett sondern Kopf da ja was meinst du Flugding also das von mir ja das grüne auf der Karte da wie das Funkgerät oder was das sein soll ach ja oh man ey ich hab so ne Waffe gekauft für irgendwie 4000 total scheiße ja keine Ahnung das macht irgendwie gar keinen Schaden ok ja manchmal hat man so ne ähm ja es ist kaffee geraffen aber ist halt so ne es ist was es ist bei mir ist auch die Pumpkin wenn ich schieße gucke ich auch direkt fast gegen den Himmel wenn ich nicht gegensteuere weißt du ja wenn ich schieße dann zack geht die nach oben so wie so ein weiß ich nicht was zack 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 wer hält da aus ey koi help me oh ja ich glaube oh das bist du ah jetzt hab dich nicht so bedeckung danke fürs zusammen flicken danke danke no problem der Ridge könnten wir uns ähm hoch äh skillen indem wir ständig kurz vorm sterben sind und dann einer uns hoch halt weißt du aber gibt halt mal 100 erfahrungspunkte so ein bisschen farmen aber das ist nicht die gute art nee das stimmt das stimmt boi ich hole mir jetzt dieses Funkgerät da ja da muss ich irgendwie da hochklettern ich bin ja alles am sammeln eben auch ein bisschen Kohle sammeln grabben blablub grabber rap was ach da bist du ach da bist du wieder äh für kleppu trappu ach der scheiß ja wo keiner weiß wo und was das überhaupt soll Arslan meinte Tifon die Leon oh da ist ja noch einer hier rein oder was ja ich komme gleich ich will ein bisschen am looten wir müssen eh hier hoch ein bisschen am looten für ne minuten ah ich wollte ein Reim draus machen naja hier ist auch ein bisschen Zeugs hier oben wir müssen eh glaube ich hier hoch ja hier ist das ja ich komme oh oh shit boy brick ich hoffe das unser verbündeter ja hope to da sieht so aus noch ein Kammerjäger dieser Job wird immer besser hilft mir ein paar Banditen zu erledigen dann reden wir ja true true machen wir machen glaube der ist auf unserer Seite ja sieht so aus aber der sieht es stark aus der Bäume das habe ich mir hier ausgerüstet da habe ich mir nicht war eben ich komme gerade gar nicht zu Recht ich brauche meine Pumpy wieder Pumpy Pumpy Cycle Tank wow heftig wow wow wie kann ich wie weiß ich denn nicht badass geist ach so tatsächlich ich dachte schon warum töd ich ihn nicht ok der ist jetzt auch nicht geflogen und bin ich so bisschen giftig mäßig ok ok ich 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 so treffe ich da gar keinen bin ich drauf gerade bei mir ist auch gerade richtige Krise ja das geht aber irgendwie konnte ich gerade kein Damage machen ey wahrscheinlich weil ich weil wir diesen Geistscheiß hatten kann sein dass das deswegen kam ja ich war schon auf Verzweiflung fast hehehehe ok der ist down nice ja geht wie immer voll zur Sache hier ja ey so unnormal wo kommen die überhaupt alle her kommen immer wieder neu ey gar nicht von wo die kommen yes manchmal das Gefühl wir kommen gar nicht voran ey weil wir nur noch hier am verrecken sind die ganze Zeit was ist hier oben hier oben ist nix ne oh doch Gegner ne ne nicht da ich meine hier hinten dieser Herkotas Typ der folgt mir eigentlich was macht der jetzt hier da hinten ja der hat gesehen dass du so hilfsbedürftig bist deswegen oh damn apropos hilfsbedürftig ah ich liebe wieder funny boy oder wie wow mein Schild ist down wenn mein Schild down ist dann bin ich schon fast tot ey weil ich gar keine Gesundheit habe ja ja du willst dir helfen schaust du den hier ja sind alle so ey achten Kammerdiebe sind hier tötet sie während ich den Marschinenmann nach dem Kammerschlüssel frage bleib 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 das wär nice so ja hier ist irgendwas hier warte ach hier ist ein kleiner boy hier ja immer diese Geister ne die hauen ab ey die nerven unnormal ja man boah die Waffe ist stark ey nicht schlecht ich hab ja so Mensch hab ich mal ein vernünftiger Soulschweifel ey die sexy Damage macht weißt du he 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 boah ich brauch auch mal wieder gute Waffen wo ich sag die yo he he kann man machen kann man ahnen wow granata wow aber ich bin gleich down ey ich muss kurz zur Seite wow ich muss kurz mal äh regenerieren ich hab so ein geister scheiße da um mich herum oh du hast auch ein bisschen struggle gehabt hab ich gesehen ja ein bisschen ist gut ich hoff das down ey nice oh ich hab die ganze Zeit aus dem Brick geschossen wow was das denn wow wow was the fuck was ist das rück zu ich muss kurz weg ey ich hab hier gerade um meinen Faden voll so irgendwie 10 dran ab ja ja bei mir auch ey helf mir auch mit der Brick oh ich komme oder rettet er dich ja der rettet mich fuhr sehr gut ey ja solange äh ruhig den Enforcer ablenken wow ey er hat mich alles drauf ich mach ihn platt ich mach grad im Bad App Psycho erstmal Platz hier den lässt mich ja boah ich hab ihn Badass Geist nein ich komme oh hier ist auch ein Geist tatsächlich ich hab auch ein Badass Geist hier ok nice wow den Typen hab ich gar nicht gesehen der hat mich fast gejisst ey bei Britney's gewesen ey über die Waffen anliegen immer hör damit äh rette hammerlock sprich mit Brick ok gut dass du hier bist es ist kompliziert ich habe auf das Signal unserer Sprengstoffexpertin gewartet aber etwas lief schief waren wahrscheinlich Fanatiker oder KDK oder wie die jetzt heißen der Name ist egal solange ich ihn zusetzen kann richtig zusetzen ok ok ach wir sollen ja Codenamen verwenden Krunkhäschen braucht deine Hilfe mir war gerne lauf vor so ich muss mal kurz Waffen hier switchen hast du welche bekommen? ja mal was Neues hier ausprobieren ich hab nichts interessantes bekommen ein Sniper Room ok man nennt mich den Türsteher he he hmmm ich will ein bisschen Loot sammeln mal direkt ja der kämpft schon weiter der Typ hier ist aber durchgelaufen he 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 der ist ja lustig ich wollte noch Looten äh erstmal wow mein Schild direkt down pass auf hier ist wieder elektrisch shit ey ich komme wow diese Schildkacke hier die Blitze die Gissen mich ich muss mich kurz heilen hier boah boah da sind so Sniper Boys die gehen mir auf die Nerven dieser Enforcer oder wieder wow wow ey ich kann gar nichts machen ich werde direkt gegisst hey heftige Stelle da muss ich meinen Roboter holen ja wär immer nicht verkehrt boah Regelsboy ich glaub an dich ich komm mit dem gar nicht da rein ne scheiße boah das haben die extra gemacht die Schweine ja diese ähm Elektro wir sind voll anfällig gegen Elektro wir beide ey ja ich mach mal Kugelfänger reinschießen zack Kugelfänger wow und wieder Rutschuh ja du bist das ja hab mich verdrückt oh der ist down the boy granate granatas was hab den zuken da hinten wow ey heftig ey meine Waffen machen einfach gar keinen Schaden fast ne meine machen gut ich hab ja so eine echt starke Waffe die echt drückt meine Soul Trifle jetzt endlich mal war lange Zeit dass ich gar kein Damage gemacht hatte wow nein wow ey heftig du bist aber nicht gestorben ne 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 der Bett ist Fanatiker ey diese Geister die gehen wir so auf den Sack ne ja komm doch näher ich schaff die nicht zu killen bevor die mich erreichen und dann verfluchen die mich so blöd aber doch ich schaff das einigermaßen ne heftig heftig Level 25 geil echt auch gleich noch ein bisschen boah ist das ein Geist wie der Viecher Level 21 nice achso das ist Break ich schieß die ganze Zeit auf den der sieht aus wie einer der Gegner mhm wie viele Gegner kommen dann noch ey was ist denn hier los schon wieder ey heftig ey ich geh nochmal ab grad oh boah dann ist typisch halt ja wow kritisch 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 nur kritisch gerade getroffen ey was ah der bessere ist Hilfe oh boah ich würde sagen nach dieser Geballere machen wir einen Cut jetzt hier ja rette mich bitte boah boah das war knapp wer bist du denn noch gestorben waren auch alle jetzt weg schon mich haben irgendwie 3-4 Geister geschnappt ich konnte gar nichts mehr sehen bei mir war alles grün ach scheiße okay okay gut dann sehen wir uns in der nächsten Folge sagen ne ciao 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 ciao